Meine lieben Sammler, jetzt zeige ich euch meine jüngste, meine kleinste. Die ist ungefähr ein Jahr alt und sie ist so 68 cm groß. Sie heißt Jennerley und sie ist ganz knuddelig, weil sie hat einen Stoffkörper, aber eine Schulterplatte, wo die Arme in die Schulterplatte hineingehen. Und dann, sie kommt mit einem Schluller und dann hier, ich habe hier ein bisschen Wachs dran, dann ist er fester und dann sieht man das Mündchen, die ist so glücklich. Gucken wir mal die kleinen Zähnchen, wunderschöne blaue Augen, blonde Haare und ihr könnt sie wählen auch mit braunen Augen und braunen Haaren. Angezogen habe ich sie mit einem ganz süßen Kortkleidchen, einem frischen Rot mit rosa Schmetterling da drauf. Höschen ist auch passend und rosa Leinenschuhchen und Söckchen. Ich finde sie so niedlich. Man kann natürlich auch die Zöpfchen aufmachen, aber ist sie nicht glücklich, sieht sie nicht hübsch aus. Tschüss! Ulf,